Jetzt stellen Sie sich einmal vor, Sie wären ein Außerirdischer, also nicht ein Überirdischer, sondern ein ganz normaler, braver Außerirdischer und Ihr Beruf ist es, fremde Welten zu erkunden. Sie fliegen mit einem Raumschiff durch die Galaxien und irgendwann einmal stoßen Sie auf die Erde, entdecken praktisch die Erde, schauen Sie sich einmal von oben an, dann landen Sie, schauen Sie einmal an, was dort alles so abgeht und so, wer dort lebt und so. Was glauben Sie, würden Sie dann in Ihren Bericht hineinschreiben, wer beherrscht diesen Planeten? Wer hat auf diesem Planeten wirklich das Sagen? Also wenn ich da Außerirdische wäre, ich würde reinschreiben, die Autos, weil die sind überall, die verdrängen alles, die bringen Lebewesen um, andere, also Tiere und Menschen werden von Autos umgebracht und sie beherrschen die Städte sowieso. Also Städte werden ja heutzutage nicht mehr für Menschen gebaut, sondern für Autos. Die Autos müssen sich wohlfühlen, das ist ganz wichtig. Da stellt sich die Frage, ist es wirklich schon so weit, dass die Maschinen uns beherrschen? Haben die wirklich das Sagen? Jetzt können Sie sagen, na Moment, das Auto hat doch auch was Gutes. Also so ist es ja nicht, weil ich fahre eben mit dem Auto und habe dadurch die individuelle Freiheit, dorthin zu fahren, wo ich gerne möchte. Das einzige Problem am Autofahren ist, und da werden Sie mir sicher nicht hundertprozentig recht geben, dass es einfach viel zu teuer ist. Und es wird immer teurer und teurer und scheinbar ist der Autofahrer die Melkot der Nation. Ist ja so, oder? Ist das so? Jetzt ganz ehrlich, das was ich jetzt alles gerade gesagt habe über das Auto, hat das irgendwas in Ihnen ausgelöst? Da denken Sie mal nach, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, Sie fahren mit dem Auto, stimmt das? Fahren Sie mit dem Auto oder fährt Ihr Auto mit Ihnen? Mit einer Scheibe drum fahren Sie. Okay? Das ist ein großer Unterschied. Sie können mit dem Auto nicht dort hinfahren, wo Sie gerne wollen. Sie können immer nur dort hinfahren, wo Ihnen ein anderer am Parkplatz hinfahren hat. Weil was machen Sie sonst mit dem Auto? Kloppen Sie das zusammen, stecken Sie das ein? Was machen Sie damit? Was ist noch benötigt, das Auto, damit es überhaupt funktioniert, ist eine Fahrbahn. Sonst funktioniert kein Auto. Also das ist das Problem am Rad an sich. Das Rad, was wir so als gute Idee feiern, braucht immer eine Fahrbahn. Sonst geht es nicht. Darum gibt es in der Natur kein einziges Viech, was radeln hat. Und das hat einen Grund. Also das ist scheinbar schon noch ein großer Unterschied zwischen dem Schöpfer und dem Ingenieur, muss man ganz ehrlich sagen. Und dass Autofahren viel, viel zu teuer ist, das ist der größte Blödsinn überhaupt. Das Problem an der Automobilität ist, dass das Autofahren viel, viel zu billig ist. Jetzt zucken Sie es gerade ein bisschen aus, stimmt's? Jetzt denken Sie an, der ist ja vollkommen Ackerin, der mit den Kugeln im Porto. Aber jetzt ganz ehrlich, überlegen Sie einmal, was heißt denn das, wenn Sie mit dem Auto fahren? Was heißt das? Das heißt doch, dass Sie sich von A nach B tragen lassen. Oder sagen wir von Wien nach Linz, weil das ist, glaube ich, geschmeidiger als nach B zu fahren. Das mache ich in B. Also Sie fahren nach Linz mit dem Auto. Dann kostet es mit dem Auto, wenn ich jetzt viel rechne, wahrscheinlich sage ich 20, 25 Euro. Da habe ich eh schon sehr viel gerechnet. Und jetzt überlegen Sie, was würde es wirklich kosten? Was würde es kosten, wenn Sie sich von Wien nach Linz tragen lassen? Weil das ist es ja, was passiert, wenn Sie in einem Auto sitzen, sie los sind, da tragen. Von Sklaven eigentlich. Was würde es kosten, wenn Sie sich eine Senfte tragen lassen von vier Trägern? Lohnkosten, Lohnnehmkosten, Sozialversicherung, Trinkgeld, Unterkunft, Verpflegung. Dann würde es plötzlich das kosten, was es angeblich wert ist, wenn man sich von Wien nach Linz tragen lässt. Bitte, ja. Der Gast ist da. Oh, mein Gast ist da. Da freue ich mich aber, dass der Gast da ist. Mein erstes Zusammentreff mit einem Gast ist eigentlich aus einer lustigen Situation entstanden. Da war ich eingeladen bei einer Veranstaltung von einer Bürgerinitiative gegen den Bau einer Schnellstraße in Niederösterreich damals. Und ich habe gesagt, ja, da komme ich gerne hin, das ist, kann man machen, halt ein kleines Referat erzählt hat was. Ich habe gleichzeitig damals gerade das Buch von Hermann Knoflacher gelesen, dieses Buch mit dem Titel Virus Auto, weil mich das vom Titel ja interessiert hat. Und das hat mich eigentlich relativ gefesselt und irgendwie in den Bann gezogen, dieses Buch. Und da habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, wenn man einen Experten mit dem Hermann Knoflacher dort auch hinbekommt. Und dass der auch dort dazu was sagt, zum Thema Auto im Allgemeinen. Und dann habe ich das dann vorgeschlagen dort, dass ich das vielleicht mit dem Knoflacher sogar gemeinsam mache, unser kleines Referat. Und dann hat es geheißen, naja, den Herrn Knoflacher, ich weiß nicht, der ist ein bisschen zu extrem. Der ist ja, also den Knoflacher, sie schon, aber den Knoflacher irgendwie. Und dann habe ich mir gedacht, aha, der interessiert mich, dieser Herr Knoflacher. Wenn ich den dort nicht wollen, dann muss was dran sein. Und dann habe ich ihn irgendwann einmal kennengelernt. Und der hat schon meinen Blick aufs Auto ein bisschen, sagen wir so, ins rechte Licht gerückt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, man kann ja auch auf die Älteren manchmal hören, keine Frage. Weil der Knoflacher steht für mich wirklich für geistige Mobilität. Was nicht für geistige Mobilität steht, ist das, was jetzt kommt. Das ist der Werbeblock, da sind wir ganz, ganz weit entfernt von geistiger Mobilität, da sind wir eher bei der Blödheit daheim. Aber ertragen Sie es, oder gehen Sie lullo, freuen Sie sich mit mir auf Professor Hermann Knoflacher. Der ist wirklich sehr extrem, ganz extrem, der ist ein bisschen extrem. Der ist ein bisschen weltweit, der Knoflacher.